Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von aga.io. Meiner Meinung nach, Barak, lass mich in Ruhe. Meiner Meinung nach, eine absolute Legende. Das Game habe ich, glaube ich, zum ersten Mal vor sieben Jahren gezockt. Und apropos Legende, dabei ist dieser Clip entstanden, zusammen mit Luca. Hier, hinter mich. Hi. Feed me. Luca, ja, okay, mach ich. Feed me. Warte. Patrick. Patrick, du solltest dich verdauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Game kennt. Ob ihr selber schon mal gedaddelt habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, ich werde jetzt für die Leute, die es noch nie gezockt haben, das kurz erklären. Man sammelt diese ganzen kleinen Punkte ein, um größer zu werden. So ein bisschen Slither.io-Style. Ich weiß gar nicht, wer als erstes. Aber komm. Und man muss dann natürlich versuchen, größer zu werden und auch irgendwann andere Leute zu fressen. Das macht man im besten Fall, indem man sich teilt. Komm. Ah, nee, 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 nee. Lass mich dich fressen. Lass mich dich fressen. Oh Gott. Das war zu knapp. Und man kann sich auch, wie gesagt, teilen, um andere Leute zu fressen. Man muss das allerdings... Oh ja. Oh ja, ich hab dich ver... Nein. Da, ja. Und dann fresse ich den. Let's go. Das Problem ist natürlich, jetzt bin ich angreifbarer, weil ich ein bisschen kleiner geworden bin. Und erst nach einer gewissen Zeit werden dann diese beiden Blasen wieder so zusammengefügt. Oh, guck mal. Hallo, Patri. Hallo. Oh, oh. Alter, Barak hat richtig verloren. Barak! Oh, oh. Das lol. Nee, 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 nee. Oh ja. Ja, ja, ja. Fütter mich. Alter, fütter mich. Brudi, danke. Ich weiß gar nicht mehr, was man drücken muss, damit man gefüttert wird. Ist da Jizzis? Alter, Jizzis. Der spielt auch Ragairo. Alter, wie groß ist denn plötzlich Barak? Boah, hier hätte ich richtig... Jizzis. Oh ja. Oh, da gibt's jetzt was zu fressen, glaube ich. Da gibt's was, weil da ist oben, glaube ich, gleich Ende. Ich werde einfach mal... Oh ja. Oh, guter Move. Wir sind einfach 19. Krass. Ich dachte eigentlich so Top 50 wird das Ziel heute. Aber, alter. Alter, Jizzis ist schon richtig groß geworden. Und da ist sein Bruder... Oh, oh, oh. Ich hab Angst vor Barak. Barak könnte eine ganz fiese Nummer sein. Und hier muss ich ein bisschen aufpassen. Das Gefährlichste ist natürlich... Ey, will der Beef? Oh, oh. Hier könnte es jetzt ganz unangenehm werden. Für mich. Uff. Ich, ich... Nein. Oh. Ganz unangenehme Sache. Ganz unangenehme Sache. Das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht... Nein. Oh. Fahr. Paletto. Jetzt mach ich mich zusammen. Nein. Nein. Paletto. Lauf. Friss mich nicht. Friss mich nicht. Nein. Nein. Okay. Intens. Ganz intensive Nummer. Ihr Junge, da hat der eine von mir gefressen. Aber was hat der eigentlich für einen geilen Skin? Oh, guck mal. Was ist da oben los? Was ist da oben los? Bodenlos. Oh ja. Jam, 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 jam. Let's go. Die komische Fliege, Junge. Die hab ich richtig gefressen. Da hat er sich echt zu viel gegönnt. Oh, oh, guck mal hier. Da will sich jemand fressen lassen. Lup. Oh ja. Spain. Paletto mag Spanien. Oh. Oh, was irrt. Alter, ein riesen Pikachu. Ja, es ist zu riskant, mich jetzt zu teilen, um den zu fressen. Oh, wer bist du denn? Du bist aber ein ganz Läckerer. Oh ja. Da. Rein ins Mundli. Nein, nein. Bitte, 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 bitte. Nein, macht ihn nicht größer. Macht ihn nicht größer. Doppelmam. Oh. Ich dachte, ich könnte ihn fressen. Oh, Pikachu weg. Okay, das war, das war ein bisschen zu riskant. Oh, Lorenzo. Lorenzo, hör doch auf jetzt. Pikachu. Pikachu, die spielen zusammen. Hä? Ihr sagt, das ist so mies. Das ist so mies. Als ob die, die haben einfach zusammengespielt. Es ist nicht verboten. Aber ich finde das natürlich mies. Oh Gott. Oh, nein. Hier bahnt sich gerade was Dickes. Oh, no. Lass mich in Ruhe. Was geht jetzt hier gerade ab? Ja, jetzt geht hier auch der Stift. Nein, Lorenzo und Pikachu wieder. Nein, ihr Mann, Pikachu. Und so schnell ist man wieder bei Null. Aber da konnten wir auch nichts machen. Wir wurden so eingequetscht. Aber hey, wir, also guck mal, aktuell sind wir 93. Wir haben uns echt da das eine mal gut hochgearbeitet. Das war geil. Nicht mich fressen. Nee, mach mal nicht. Ich bin es doch gar nicht wert, dass du dich teilst. Oh, da schnapp ich mir jetzt aber was hier. Ham, ham. Das war, das ist halt das Problem. Wenn du dich teilst, dann kannst du ganz schnell. Nein, nein. Brudi. Nein. Hallo. Hallo. Ja, das ist das Coole, wenn man so klein ist. Oh ja. Moin. Dann ist man halt so schnell. Nee, nee. Ich bin es doch gar nicht wert. Das muss ich mir einfach einmal einreden. Ich bin es doch gar nicht wert, gefressen zu werden. Ja, diesen Hello Kitty hätte ich gerne. Nein, ja. Ja, okay, okay, okay. Ich gehe mal. Nein, Nick. Komm, Hello Kitty. Ey, Nick. Wie viele Nicks sind denn hier? Hallo. Ja, komm. Nicht mich, ne? Guck mal, an ihm können wir... Oh, oh, was ist denn? Ah, ha, 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 ha. Nicht Hello Kitty. Oh nein, Polen. Barak. Ausweichmanöver. Alter, Vodafone-Spieler. Junge, was geht denn jetzt hier ab? Oh Gott. Oh Gott, raus, raus. Oh. Das war eine ganz haarige Nummer gerade. Alter Schwede. Oh, 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 oh. Die Katze. Oh, da muss ich hier irgendwie rum. Damit er mich hier nicht fressen kann. Ja, ja, ganz ruhig. Weil hier kann er nicht durchschießen. Und der hier, der würde auch platzen. Was? Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Ja, ja. Guck, jetzt wurde er so aufgeplatzt. Hier ist er gleich in der Ecke. Dann schnappe ich ihn mir. Der kommt da nicht weg. Jawohl. Sehr geil. Und der Blaue darf nicht auf mich aufmerksam werden. Wir sind nämlich schön wieder Platz 42. Pokerface. Ja, komm her, Pokerface. Geh da schön in die Ecke. Okay, weg von diesem Skimi. Diesen Seopie könnte ich fressen, aber das Teilen lohnt sich nicht. Oh ja. Was? Ich würde ganz gerne nochmal in die Top 20 beziehungsweise Top 10. Das wäre eigentlich schon wirklich eine sehr, sehr saftige Nummer. Boah, hier sind viel zu viele richtig große. Ich werde jetzt hier mir einfach richtig gönnen. Schön bam, 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 bam. Yummy, yum, yum. Ja, und da kommen auch hier schon wieder so viele. Eeeeyo. Alles klar. Nein. Nein. Ich müsste auch manchmal einfach mein Überleben sichern, indem ich mich teile. Viel Castro ist auch am Start. Guck mal hier. Oh. Jetzt fresse ich. Nein. Nein. Claudio. Claudio. Feed me. Ja, das hat Luca auch gesagt. Und dann habe ich ihn gefressen. Hier nochmal der Clip. Ich liebe den. Hi. Feed me. Luca. Ja, okay, mach ich. Feed me. Warte. Feed me. Komm, Paletto allerdings einfach angefahren. Ich habe ihn gefüttert. Ja. Und dann habe ich ihn gefressen. Niederlande nicht. Oh, was ist denn das jetzt hier für eine leckere Nummer? Oh, was ist, was geht denn jetzt hier ab? Boom, Junge. Was ist los? Platz 26. 26. Yummy. Keine Ahnung, was da los ist. Aber das habe ich natürlich gerne gemacht. Moinsen, Fick. Nein, das war dumm. Ah, das war dumm. Ey, was geht mit euch ab? Nein. Nochmal. Ja, 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 ja. Ah. Das war zu oft. Das war zu oft. Oh, Alter, was für ein guter Move. Ich werde eingekreist. Ich werde jetzt nicht überleben. Ich werde eingekreist. Was soll ich jetzt hier machen? Nein. Du musst überleben. Du musst überleben, Junge. Wir haben, ey, wir wurden einfach eingekreist. Hello Kitty, Alter. Was habe ich dir denn getan? Wir hatten keine Chance mehr. Das war, glaube ich, wir hätten uns nicht so sehr aufteilen dürfen. Stefan. Moin. Nein. Nein. Stefan, Mann. Ey, das war ein Tänz. Das waren wechselbare Gefühle. Hallo Heiligen. Oh, nee, nicht schon wieder dieser. Der hat mich doch das eine mal weggefetzt. Boah, hier sind so riesige Typen. Ich bin wieder im Ghetto angekommen. Oh. Oh, der hat mir einen hingeploppt. Oh, du siehst ja eklig aus. Österreich. Ja, moin. Komm her, Alter. Ich friss Österreich. Ich habe das Gefühl, Österreich frisst gleich mich. Oh, ey. Sag mal, was war denn bei ihm los? Nein, du willst mich. Ja, jetzt friss. Ja. Das wäre beinahe in die Hose gegangen, Junge. Okay. Oh. Unangenehm. Oh, und jetzt hat er ihn gefressen. Ei, ei, ei. Wieder Platz 71, 69, Dodo. Na, dich. Ja, dich. Endlich mal. Endlich mal ein richtig schön saftiger Schuss. Der auch, oh, der auch sein Ziel nicht verfehlt hat. So, dann gehen wir hier mal schön weg. Ja, ja. Da wollen wir nix. Oh. Hier können wir vorbei, ja. Oh, da oben Hello Kitty. Oh, und irgendwas anderes Krankes. Missed Ausrufezeichen. Komm mal her, hier. Ah, das war wieder doof. Nee, nee. Leute. Jetzt hör doch mal auf hier. Boah. Junge, jetzt fress ich dich. Dein Stück. Ja, ja. Guck mal hier. Ob dir das so viel gebracht hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Mr. Roby. Oh, oh. Thanos. Junge, auf Thanos hab ich keinen Bock. Ah, nein, Kamil. Feed me. Feed me, Kamil. Dich hab ich doch. Dich hab ich doch. Junge. Ja. Und jetzt fress ich dich. Jetzt fress ich dich. Was ist das für ein Dreier-Sandwich? Ich lass ab. Hier, Mr. Carotto. Ja, ja. Geil. Nice. Wir sind schon wieder Platz 31. Oh, was geht hier oben ab? Ah, weg von den Großen. Ich darf mich nicht wieder so einkreisen lassen. Weil das war das eine Mal das Problem. Jawohl. Der eine hat den gefressen. Jetzt hoffen wir, ich will der keine Rache. Weg von denen. Weg von denen. Oh, ja. Jetzt, jetzt haben wir wieder ein Problem. Ja, ja. Jetzt sind hier zu viele. Vor allen Dingen auch zu viele, die einem gefährlich werden können. Team, ja, ja. Friss mich. Warum frisst er den denn nicht? Du bist doch groß genug, Junge. Ja, ja. Geh zusammen. Geh zusammen. Nein. Nein. Ja. Oh, nein. Oh, Junge. Top-Position 25. Leute, das war es mit einer Runde von AKIO. Wenn ihr Bock habt auf weitere Runden, vielleicht auch zukünftig mal mit dem einen oder anderen, dann lasst gerne mal ein Like da. Würde mich interessieren. Ist ja schon ein uraltes Game, aber ey, mir hat es mega Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch, falls ja, lasst ein Like da. Tschüss jetzt auf weitere Videos. Gönnt sie euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.